Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dirt Rallye 2.0 hier auf dem Pixel-Helien-Kanal mit mir, dem Ray. Vor wenigen Tagen ist das Spiel nun endlich offiziell erschienen und mit dem Erscheinen ist auch ein sogenanntes Deluxe-Upgrade-Pack herausgekommen, welches uns die Möglichkeit bietet, von der Standard-Edition für einen Aufpreis von knapp 30 Euro auf die Deluxe-Edition abzugraden. Da ich ja selbst auch nur in Anführungsstrichen die Presse-Version habe, die weder Vorbesteller-Boni noch die Deluxe-Edition beinhaltet, habe ich kurzerhand diese knapp 30 Euro in die Hand genommen und mein Spiel jetzt ebenfalls auf die Deluxe-Edition abzugradet, was mir und natürlich jetzt im Umkehrschluss auch euch die Möglichkeit bietet, den Porsche 911 RGT Rallye-Spec anzuschauen. Und ja, dreimal dürft ihr raten, wahrscheinlich sieht man es auf dem Fun-Mail, wahrscheinlich steht es auch irgendwie im Titel. Ja, wir fahren natürlich diesen 911er jetzt in der heutigen Ausgabe. Ich habe schon mal eine kleine Meisterschaft vorbereitet und da haben wir das gute Ding. Ja, in der RGT-Klasse waren wir ja schon unterwegs, da sind wir ja unter anderem mit dem ersten Mal den V8 Vantage GT4 unterwegs gewesen, Rallye Spanien sind wir da gefahren und eben jetzt aber steht auch eben dieses Schätzelein zur Auswahl. Und ja, ich würde sagen, ich lese mal ganz kurz den Beschreibungstext vor. Der Porsche 911 RGT Rallye-Spec mit Heckmotor und Heckertrieb ist ein vertrauter Anblick bei Rallye-Events auf Asphalt, denn dort kann er seinen ungemeinen Grip unter Beweis stellen. Sein Sechszylinder-Boxermotor bringt 400 PS und ordentlich Lärm auf die Strecke. Ja, Lärm ist immer gut und vor allem 400 PS klingt schon übel. Konkret gesagt sind es sogar 425 PS, das Ganze auf 1,25 Tonnen verteilt. Damit haben wir zwar in der Klasse das leistungsschwächste, aber dafür auch das leichteste Fahrzeug und ich denke mal, daher gleicht sich das alles schon ganz, ganz gut aus. Ja, Motor sehen wir auch nochmal, das ist ein 3,8 Liter Boxer-Sechszylinder-Motor und ja, das dürfte auch eine interessante Sache werden. Und ja, wie es im Beschreibungstext steht, ein vertrauter Anblick ist es definitiv, denn der deutsche Rallye-Meister 2014 und 2015, wenn ich mich in den Jahren jetzt nicht irre, ist ebenfalls mit einem Porsche 911 Baureihe 997 GT3 Meister geworden. Ja, das ist auch schon mal nicht schlecht und wir sehen ja auch unschwer, dass es hier sich um einen 997 911er handelt und deswegen, ja, freue ich mich drauf. Ich würde sagen, wir gehen zum Event, wir fahren, ja, Rallye Polen, denn da ist ja noch ein bisschen Asphalt mit dabei, natürlich auch zum Großteil Schotter und ich habe mich natürlich im Vorfeld ein bisschen eingefahren und ich muss ganz ehrlich sagen, auf dem Schotter fährt sich dieser 911er echt wie ein Biest. Ich wage die These zu sagen, dass diese RGT-Fahrzeuge und insbesondere auch dieser 911er sich schwieriger auf Schotter fährt wie ein Gruppe B-Fahrzeug und das will was heißen, ihr wisst, wie krank die Gruppe B-Monster sind, aber es ist wirklich anspruchsvoll, muss ich wirklich sagen, aber ich stelle mich natürlich dieser Herausforderung, insbesondere auch meiner Kryptonit-Rallye, zumindest mal derweil meiner Kryptonit-Rallye, denn Rallye Polen liegt mir bis jetzt noch nicht so richtig gut, muss ich tatsächlich sagen, aber ja, wir machen einfach das Beste draus, vier Etappen, vier Stages gibt es wieder und bevor ich starte, auch schon mal der kleine Hinweis, falls es eh euch schon nicht aufgefallen ist, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen, ich bin ein bisschen leicht erkältet, beziehungsweise meine Stimme hat ein bisschen Halsschmerzen, würde ich jetzt sagen. Deswegen halte ich jetzt die Klappe und würde sagen, wir ziehen einfach mal durch. Viel Spaß! Bei so einem Sechszylinder geht es doch einem gleich wieder richtig gut, oder? Er ist mal gleich wieder gesund. So, jetzt aber Konzentration! 5, 4, 3, 2, 1, los! Ui, 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 ui! 6, links, übersprungen, lang, macht zu, über Kuppe, sprungen, 120, rechts halten, in 5, links lang, eng, über Welle, in 6, rechts, 80, über Kuppe, über Kuppe, lang, in 6, links, macht zu, nach Kreuzung, 30, 4, rechts, eng, über Kuppe, don't cut, 5, links, macht auf, lang, in 6, links, 30, 4, rechts, lang, macht zu, über Kuppe, 50, und dann, nach reklam, lang, in 6, links, in 6, rechts, in 6, links, lang, 30, 6, rechts, über Kuppe, 30, 6, rechts, über Kuppe, 30, 6, rechts, über Kuppe, 30, 6, rechts, NH, macht auf, extra, extra, lang, in langsam, 6, links, lang, über Welle, in 3, rechts, über Kuppe, Welle, in 4, links, lang, in Abzweig, 1, rechts, macht, auf, lang, asphalt, Lohnkart durchballen, rechts halten, für 30, Abzweig, 1 rechts. Macht auf, über Kuppe Schotter, 50, 5 links, in voll rechts über Kuppe. Macht auf, lang, macht zu, übersprungen, in 5 links über Kuppe, macht zu, sehr lang, in 6 rechts, 50. 4 rechts, extra lang, macht auf, voll, über Kuppe, in 6 links, in 6 rechts, in Achtung, 5 links, übersprungen, 50. 6 links, sehr lang, macht zu, über Welle, 50, 4 rechts lang, in langsam, 6 links, über Kuppe, 30, Abzweig, 1 links, don't cut, 30, 6 links, 100. 3 rechts lang, macht zu, Außenstämme, macht auf, über Kuppe, 50, enge 6 links, über Kuppe, extra, extra lang, über Kreuzung, 30. In 3 links lang, macht zu, voll rechts, über Kuppe, extra, extra lang, 30, 3 rechts lang, macht auf, 5 links, 50, 80. 5 links, über Kuppe, extra, extra lang, Achtung, macht zu, 3, in 4 rechts lang, in 4 links, in 4 rechts, don't cut, 120. Kuppe, in 5 links, macht zu, in 4 rechts lang, über Kreuzung, Mitte. 6 links, extra extra lang, 170 Achtung, 5 rechts lang, macht zu, 4 Langsam, 50 abzweig, 1 rechts, verdeckt Macht auf, extra lang, über Kuppe, 160 über Wellen 4 links, extra extra lang, Machtzugabe, 5 links, macht auf, 80 4 links, bei Ballen, Don't Cut 30 abzweig, 2 links, verdeckt, um Ballen, Kopfstein In Don't Cut, 3 rechts, 3 links und 1 rechts, Machtzug, Kopfstein, um Ballen 30, 1 rechts, Don't Cut, 2 links 40 abzweig, 2 links und Ballen, Asphalt, 160 über Ziel, 50 bis Stopp Alter Ja, ich kann da nichts sagen, ich kann da wirklich nichts sagen, aber ja Wir haben gute Arbeit geleistet, das könnte eine Bestzeit auf der WP bedeuten Ja, das wäre geil, ich habe mich jetzt wirklich hardcore konzentriert, ja es ist wirklich die Bestzeit, ich habe mich hardcore konzentriert, wir gehen gerade vielleicht mal in die Wiederholung rein, ähm, um das kurz mal zu schildern, was da genau passiert, also erstmal Heckantrieb, klar, über 400 PS, man hat leider in Dirt Rally nicht so wirklich das Gefühl, ob man Wheelspin hat oder nicht, das heißt, man muss sehr, sehr dosiert mit dem Gas umgehen, äh, das Weitere ist es so, dass man gerade in diesen Engstellen Mega langsam durchfahren muss, ja, weil, wenn man da zu schnell durchkommt, dann kommt der Arsch einem so schnell rum, gerade beim 911er, da ist der Motor hinten, das ist ein Heckmotor, ja, das ist, äh, echt krass, also der Schwerpunkt, wie der sich verlagert Und, ähm, ja, wie gesagt, jeder, der den 911er hat, probiert es mal selber aus, ich finde es höchst anspruchsvoll und meiner Meinung nach ist das, was man mit dem hier abfeiern muss, schwieriger als mit Gruppe B Fahrzeug, mit Gruppe B stirbst du vielleicht schneller, aber, ähm, ja, hier sind kleinsten, minimalsten Fehler auch mega, mega schlimm Aber Spaß macht's, auf jeden Fall, mega Laune und deswegen nicht weiter groß schnacken, würde ich sagen, weiter geht's, nächste Stage steht an, die ist ein bisschen länger, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, dürfte die längste Stage heute sein, 13,42 Kilometer, die hat auch ein bisschen schnellere Abschnitte mit dabei Und, ja, natürlich mit diesen 425 PS, 6-Gang-Getriebe, ist es kein Problem, über 200 Sachen mit dem Ding zu fahren, deswegen höchste Konzentration jetzt 30, voll rechts und voll links über Gruppe Viel Glück, 5, 4, 3, 2, 1, los 6 rechts lang, macht auf, über Gruppe 30, voll rechts und voll links über Gruppe 120, 6 links über Gruppe, sehr lang, 60 6 links, übersprung, macht auf, lang, 80 6 rechts über Gruppe, 50 Langsam, 6 links, 30 ab 2, kehre rechts, umballen 50, 6 links, macht auf, 30 4 links, 40 5 links über Gruppe, 100 6 links lang, macht auf, übersprung, 50 4 rechts lang, macht zu In 6 links über Gruppe, extra lang, macht auf, 80 Mit die kalten Übersprung, 100 Gabel, 4 rechts, verdeckt, eng, lang, macht auf, 30 Voll mittig, Übersprung, 180 6 links lang, macht auf, übersprung, 30 6 rechts lang, macht auf, über Gruppe, 50 4 links lang, in 4 rechts, eng Macht auf, über Gruppe, Asphalt 80, über Gruppe, langsam, Abzeig, 1 links, verdeckt 200 Achtung, rechts halten, bis Schikane, 1 links 5 rechts, Ausgang, 50 6 links, 250 Gabel, 3 links lang, macht auf, über Gruppe, Schotter 30, Gabel, 3 links lang, 80 4 rechts lang, macht auf, 30 6 links, übersprung, in 6 rechts lang Über Gruppe, macht auf, mit die kalten Übersprung, bis Sprung In sofort Achtung, 2 rechts, 3 links, 30 6 rechts lang, 30 6 links, übersprung, macht auf, übersprung, lang Mittig halten, übergroße Sprung, 30 5 links, in 3 rechts lang, macht zu, in 5 links 50 6 rechts lang, macht auf, über Gruppe, in mittig halten, über Gruppe, in 6 rechts, extra lang In 6 links, 30, 4 rechts In 5 links, in 5 links, 3 rechts In langsam, 5 links, und Gabel, 3 rechts Macht auf, über Gruppe, 30 4 links lang, über Gruppe, macht auf, 100 Übersprung, rechts halten, übersprung, bei Baum, und links halten, über großen Sprung, 30 Rechts halten, über Gruppe, in 5 links In Achtung, 4 rechts, macht zu, 3, über Gruppe In 6 links lang, macht auf, über Gruppe, Sprung, 30 Langsam, 6 links lang, macht auf, 20 Lone Cut, Abzweig, 1 rechts, verdeckt Macht auf, Asphalt, 50 Mit die kalten, über Gruppe, Achtung, rechts halten, für 30 Schikaner, 1 links, 1 rechts, Ausgang, 6 links, 300 Abzweig, links, verdeckt, 50 4 rechts lang, macht auf, 80 Überwellen In Gabel, 4 rechts, extra lang, macht zu, 3 In 4 links 30 Cut, 5 links, in 5 rechts lang In 6 links, macht auf, über Gruppe, 30 4 links, macht zu, über Gruppe In 5 rechts, in 5 rechts, 30 5 links, 40 4 links, über Gruppe 50 6 rechts, über Gruppe, in 6 links lang 100 Überwellen, 6 rechts, extra, extra lang Macht auf, über Sprung, 50 In 6 links, in 6 links, in 6 rechts, 50 4 links lang, eng Und Abzweig, 3 rechts, 3 rechts, lang Macht auf, über Gruppe, in 5 links lang Macht zu, 4 50 5 links, extra, 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 lang In 6 links, in 6 links, in 5 links, macht auf, extra, extra lang In 6 links, in 6 links, extra, 100 6 links, macht auf, über Gruppe, 30 6 rechts, in 5 links, 80 Nein, nein, nein Nein, nein, nein In 6 rechts, in 5 links, lang Macht zu, 4 50 nach Ziel, 6 rechts lang Nein, das gibt es doch nicht Hier ist gerade das Ziel und ich verkackt Ach, das gibt es doch nicht, komm Komm, komm, komm Oh, jetzt verkack ich ganz am Schluss Nein, das gibt es doch nicht Oh, das war jetzt doof Boah, aber das ist so anstrengend mit dem Ding, weil Jede Millisekunde ein bisschen zu viel Gas oder sonst was Möchtest du beim nächsten Service Änderungen am Setup vornehmen? Und das Ding, äh, dreht weg und sonst was Ah, guck mal, wie knapp wir nicht gewonnen haben dieses Setsch Aber das ist, glaube ich, egal, wir sind immer noch vorne, oder? Ja, knapp aber, knapp, knapp, knapp Also wir müssen uns da jetzt echt anstrengen Boah, ey, aber das ist echt Höchste Konzentration Also ich weigere mich tatsächlich In vielen Situationen einfach nichts zu sagen Weil hier und da würde ich gerne sagen Ah, hier ein Fehler, da ein Fehler, da könnte man schneller Da könnte man Dinge, aber ich sage einfach nichts Ich konzentriere mich und ich glaube, es ist auch besser So bei dem Fahrzeug Das ist echt richtig, richtig krass So, komm Ich muss doch jetzt Polen bezwingen können Endlich mal, ey Bis jetzt war bis jetzt die Rallye immer mein Tod So, Nachtetappe Ja, zum Glück eine etwas kürzere, aber Wir dürfen das Fahrzeug reparieren Aber ich glaube, jetzt durch die Nacht versuche ich einfach nur Zu überleben Was wir aber jetzt mal probieren können Warte mal Genau, guck mal, die Reifen sind kaum verbraucht Ich würde sagen, wir probieren mal weiche Reifen aus Ich glaube, das geht klar Komm, ziehen wir durch Nachtetappe Noch führen wir das Ganze an Um zwei Sekunden Das ist natürlich nichts wert Deswegen Konzentration So, der aktuell Zweitplatzierte hat auch die Zeit vorgelegt Das heißt, wir fahren direkt jetzt gegen ihn Zu, eins, los Sechs links, extra lang Macht auf, über Kuppe Dreißig Sechs links, macht auf, über Sprunge In Achtung Vier rechts Und drei links lang Macht zu, zwei Dreißig Sechs rechts Dreißig Kuppe voll, bis Sprung voll Fünfzig Sechs rechts, über Kuppe lang Macht auf, über Sprung In Sechs links In Langsam Drei rechts Anzeige Macht zu Weg da vom Rasen In Drei links Übersprung Dreißig Kuppe voll Fünfzig Sechs links Fünfzig Mit die kalten Übersprung In Sechs rechts Und vier links lang Macht zu Fünfzig Abzweig Eins rechts Verdeckt Eng In Fünf links Über Kuppe In Zwo rechts lang Macht zu Asphalt 200 Durchhäuser Langsam Sechs rechts Über Brücke In Linkshalten Für 50 Schikane Eins rechts Fünf links Ausgang 200 Abzweig Eins rechts Verdeckt 80 Vollmittig Über Kuppe 50 Vier links lang In Schotter Fünf rechts Macht auf 70 Kuppe In Fünf links Macht auf Übersprung Und rechts halten Übersprung Extra lang 150 Achtung Langsam Mit die kalten Übersprung 30 Drei links Lang Macht zu Macht auf 80 Mit die kalten Über Kuppe Lang 50 Vier rechts Lang Macht zu Das war jetzt Nicht so gut Macht auf Über Kuppe In Drei links Lang 50 Mittig halten Über Kuppe In Vier rechts Macht auf 50 Sechs rechts Über Kuppe Wählen 30 Drei rechts Über Kuppe 30 Rechts halten Über Kuppe Achtung Langsam 30 Abzweig Kehre links 30 Sechs links Das war jetzt nicht gut In sechs rechts 100 Mit die kalten Über Kuppe Lang 80 Sechs rechts Lang Macht auf Über Kuppe Extra lang Macht auf Über Kuppe 50 Sechs rechts Lang Macht auf Kuppe 100 Voll rechts In links Halten Über Kuppe 40 Sechs links Überziehe 70 Bis Stopp Gut gemacht Ja hey Geben wir doch die Kontrolle zurück Hey Hat der mir das Lenkrad fast rumgerissen Puh Okay Ich bin jetzt super super vorsichtig gefahren Ich bin jetzt super super vorsichtig gefahren Ich wollte einfach nur ankommen jetzt hier in der Nacht Weil man hat in vielen Stellen einfach nicht gewusst wie ich zu fahren habe Ich habe auch tatsächlich mich nicht so auf die Ansagen konzentrieren können Weil ich sehr 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 damit beschäftigt bin das Fahrzeug im Griff zu halten Deswegen geht da viel viel Konzentration einfach da schon davon weg und dann kann man nicht so ganz auf die Ansagen gehen Ich weiß auch apropos Ansagen werden wir gerade mal gerade vielleicht mal hier die Wiederholung reinwerfen Dass viele die Frau oder die Stimme der Frau nicht leiden können Ich persönlich vertrete da eine andere Meinung Ich finde gerade dass die Frau Weil sie so eine ruhige Stimme hat So eine monotone Stimme hat Bringt die dich nicht unnötig in Hektik Die sagt an was du wissen musst und es ist gut Ja also wer natürlich das jetzt nicht mag Let's Play technisch kann ich verstehen Das ist natürlich keine Let's Play Stimme was die Frau dahin Hinsagt Aber für mich ist es sehr sehr wichtig Und deswegen ja Müsst ihr es halt ertragen wenn ihr das Let's Play hier schauen wollt Wenn ihr selber fährt dann könnt ihr natürlich entweder den Ansagen komplett ausschalten Oder einfach eine andere Sprache machen Da gibt es dann auch Männer oder andere Frauen oder wie auch immer Aber ich bin mit ihr ganz zufrieden muss ich sagen So okay hier sieht man nicht so viel Hupsala Deswegen würde ich sagen Gehen wir ganz ganz schnell zur finalen Etappe heute Und die dürfte auch nochmal so mittellang glaube ich sein oder was haben wir da Oh ne okay geht 6,62 Kilometer Also nochmal ne etwas ja kürzere sag ich jetzt einfach mal Für die Polen Rallye 14 Uhr Also schöne Nachmittagszeit Schönes Wetter Dann würde ich sagen Daumen drücken und dann könnten wir vielleicht die Rallye sogar gewinnen Das wäre natürlich mega geil Auch wieder direkt gegen den glaube ich Zweitplatzierten Dieser El Gusens oder wie der heißt Also Konzentration Daumen drücken 5 5 4 3 2 1 Los Abzweig 1 rechts Mach zu Shot up In 4 links lang 30 4 rechts lang Mach zu Über Kuppe In 6 links 50 Kuppe 100 Über Kreuzung 5 rechts In 6 links lang 30 6 rechts Über Kuppe Sprung 150 6 rechts Extra lang 5 links Nee Nee Als ob Okay wir starten einmal neu Einmal neu starten müsst ihr mir gönnen Ey das ist aber auch so fies in Polen Wenn du so ein bisschen auf den Rasen links oder rechts kommst Dann ist Ende Ist nicht passiert Hat keiner gesehen 5 4 3 2 1 Los Abzweig 1 rechts Mach zu Shot up In 4 links lang 30 4 rechts lang Mach zu Über Kuppe In 6 links 50 Kuppe 100 Über Kreuzung 5 rechts In 6 links lang 30 6 rechts Über Kuppe Sprung 150 6 rechts Extra lang In 5 links In 30 6 rechts Extra lang Mach zu In 6 links 6 rechts 50 Voll links lang 50 3 rechts lang Macht auf Über Kuppe In 6 links In 6 links lang Macht zu 3 30 5 rechts lang 60 Voll links Übersprung 30 6 links lang Macht auf Übersprung Extra extra lang Macht auf Übersprung 50 6 6 rechts 6 6 rechts In 6 links Über Kuppe Sprung In 5 rechts lang Macht zu 4 30 6 rechts In 4 links Macht zu Über Kuppe In 6 links In 6 links In 6 links 1 rechts, verdeckt, Asphalt, 300, rechts halten, in Abzweig, 1 links, Zwischenballen, 6 rechts, macht auf, 80, Kuppe voll, langsam, 60, 3 links lang, macht zu 1, Abzweig, Don't Cut, 40 Schotter, 5 rechts, über Kuppe extra lang, macht auf, 6, in Sprung lang, in Achtung, 40, 3 links, über Kuppe, macht auf, in 6 rechts lang, über Kuppe, in 6 links lang, macht auf, mit die kalten, über großen Sprung, 30, 6 rechts, über Kuppe, in sofort 6 links, 100, übersprünge, 4 rechts lang, macht zu, macht auf, über Kuppe, in 3 links, rechts halten, für 30, 6 links, 30, 5 rechts, in 6 links lang, macht auf, über Ziel, 80, bis Stopp. Ja, wir sind die Besten. Die harte Arbeit hat sich echt ausgezahlt. Das finde ich auch. Boah, ja, die Fresse halten hat sich vor allem ausgezahlt. Ey, ich musste mich so konzentrieren, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Boah, geiles Ding, auf jeden Fall. Ey, krass, krass, krass. Ja, in der letzten Zwischenzeit, glaube ich, haben wir, haben wir ein bisschen nochmal liegen lassen. Ja, gut, 3 Zehntel, aber ansonsten passt es, Schadensmennung. Wir haben geringe Karosserieschaden, ja gut, ist okay. Man hört es ja auch manchmal aufsetzen. Also das Setup, was ich halt gemacht habe, ist natürlich noch nicht perfekt. Ich habe es halt ein bisschen eben Federn, Dämpfer, Fahrwerkshöhe, solche Geschichten halt verändert, um irgendwie dieses Fahrzeug darüber zu prügeln zu können. Und das hat anscheinend funktioniert, denn ich bin in vielen Stellen sehr, sehr vorsichtig gefahren und doch eher gefahren auf einfach durchkommen, einfach überleben. In der einen oder anderen Stelle könnte man deutlich schneller. Das ist tatsächlich klar, aber für die KI hat es gereicht. Es ist immer noch die 70er Stufe. Gerade bei Rally bleibe ich aktuell ja bei 70. Und ja, hier hat es aber anscheinend wunderbar geklappt. Und ich würde sagen, am Ende dieser Folge können wir nochmals uns hier anschauen, dass ich gewonnen habe. Sehr geil, aber ich würde sagen, wir schauen uns nochmal die Wiederholung an. Aber dann würde ich sagen, von Anfang an, oder? Kann man da nicht irgendwie zurückspulen oder so? Kann man da nicht sagen, hey, ich möchte von Anfang an irgendwie? Geht das nicht? Das geht nicht. Wieso kann ich denn nicht sagen, ich möchte von Anfang an? Das ist doch doof. Okay, kann man da nicht, weil ich kann, doch, wenn ich das Lenkrad, ich muss das Lenkrad nehmen. Okay. Weil wir gucken uns das jetzt nochmal von Anfang an, würde ich sagen. Zur Feier des Tages lasse ich einfach die komplette Stage nochmal von Anfang bis Ende durchlaufen. Für die Leute, die es nicht interessiert oder das nicht sehen wollt. Trotzdem vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, die Folge hat dir Spaß gemacht. Wenn dem so wäre, dann halt. Jetzt macht er komplett die Kacke hier. Okay, jetzt haben wir die Ziele einfach. Okay, das ist ein bisschen blöd gemacht, dass man da nicht einfach sagen kann, fang von Anfang an an. Ja, ist egal. Auf jeden Fall, ich würde einfach sagen, an dieser Stelle, wenn es dir gefallen hat, Dörmchen nach oben. Wie gesagt, viel Spaß und dann bis zur nächsten Dirt Ready 2.0-Folge. Ich dreh den Sound auf, wir wollen den Sechszylinder hören und bis gleich oder bis zum nächsten Mal, wie auch immer. Und dann bis zum nächsten Mal. 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 Und dann bis zum nächsten Mal.